Wieder eine Woche rum und wieder ein Big Flash. Los geht's. Avanga spricht in den hauseigenen Vorstellungsvideos von anderen Sachen als immer nur von Arbeit, Arbeit, Arbeit. We like. Und hier war Avanga auch dabei. Große Freude bei Unix Marketing. Endlich halten sie den Intermedia Globe in Gold für ihren Imagefilm für die WEM-Gruppe in den Händen. Für was sie da genau ausgezeichnet wurden, schreiben sie auf ihrem Blog. Fire! Die Pain Club Battle League von Chromatics in Berlin war hot. After Movie gibt's auf Facebook. Und jenes gab's auf Sputnikar. Der omnipräsente Begriff Agilität bezeichnet eine der größten Veränderungen im Produkt- und Projektmanagement. Was es damit auf sich hat und wie die richtige Agentursoftware beim Projektmanagement helfen kann, erklärt Because Software bei uns. Julia Leib ist VR- und Videojournalistin. Und ihr Schwerpunkt liegt dabei auf Kriegs- und Krisengebieten. Sie sprach als Referentin beim diesjährigen Berliner Marketing-Tag 2018 vom Marketing-Club Berlin. Bei uns sprach sie vorab über ihre aktuellen Projekte. Nazis und Taurus hat die Marke Tivotec für die Unternehmenskommunikation der IKS entwickelt und dem Ganzen ein Gesicht gegeben, was seit April zu sehen ist. Bei uns erzählen sie mehr dazu. Und das sind die Hashtags der Woche. Hashtag Potenzial, Hashtag Präsenz und Hashtag Firmenlauf. Das war's auch schon wieder. Bis dahin. Ciao.